Das 2-in-1-Format ist ein digitales Kursformat, das verschiedene Zielgruppen mit maßgeschneiderten Inhalten bedient, dazu aber nur einen Hörsaal benötigt. In einem Fach wie zum Beispiel Englisch gibt es in der Regel einen Bachelor- und einen Lehramtsstudiengang. Beide benötigen eine Einführung in die Linguistik, allerdings mit leicht unterschiedlichen Inhalten. Während das Bachelor-Studium eher berufsorientiert ist und auch die theoretischen Voraussetzungen für ein Masterstudium schafft, orientiert sich das Lehramtsstudium inhaltlich stark an den schulischen Lehrplänen. Doch was machen die meisten Hochschulen? Sie bieten aufgrund begrenzter Lehrkapazitäten nur eine von beiden Einführungsveranstaltungen an. Von Zielgruppendifferenzierung keine Spur. Das ist in etwa so, als ob ein Fußballtrainer die übrigen Ballsportarten in seinem Training gleich mitbedienen würde. Grundlage für die Lösung im 2-in-1-Format ist ein funktionierendes Inverted Classroom-Modell mit einer selbstgesteuerten Phase der digitalen Inhaltsvermittlung und Erschließung sowie formativen E-Assessments für den Mastery-Nachweis. Nach dem 2-in-1-Konzept bieten wir unterschiedlichen Zielgruppen an Ihr Ausbildungsprofil angepasste digitale Inhalte an, führen sie aber in einer gemeinsamen Präsenzphase in einem Hörsaal zusammen. Dort vergeben wir entweder unterschiedliche Übungsaufgaben oder bei gänzlich unterschiedlichen Kursen reduzieren wir die Präsenzphase auf einen 14-tägigen Rhythmus. In Woche 1 bedienen wir nur die Bachelorstudenten, in Woche 2 nur die Lehramtsstudenten, in Woche 3 wieder die Bachelorstudenten und so weiter. Seit 2009 bieten wir 2-in-1-Kurse an und tragen damit erheblich zur inhaltlichen Spezialisierung unserer Studiengänge bei.